Ja, er hat Opa noch gespielt, hat er gesagt. Ja! Warte, warte! Oh, ne! Ja! Ja! Das ist einfach, Jungs! Das ist nicht viel zu ernst, Jungs! Das ist nicht viel zu ernst, Jungs! Gibt es mal eine Chance? Nee, doch nicht! Warte, warte! Timmy! Oh! Das ist eine Ecke, dann! Ich glaube ja. Stark, geil! Da ist ja kein Gericht! Ja! 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 Der ist ja auch in der Weltklasse! Ja! Das ist einfach nicht zu machen, ja! Oh! Sie sind ja nicht sogar Meister geworden und haben dann aber einen Aufstieg für den Zubere, glaube ich ja! 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 Scheiße! Ja, das Problem... Ja! Der ist da jetzt, Trainer, bei mir. Da war gar keiner, der von U19 hat übernommen erst mal bis zur Saison. Rechts raus! Ja, ich bin schon so weit. Ja! Drei gestorben haben. Ja! Jawohl! Oh! Komm bitte! Sechs Minuten noch! Hör Ali! Fischi! Ja! Leute, mach die Bälle kurz nach vorne! Nee! Oh nein! Dann muss er gelegt werden! Abseits! Jawohl! Sag mal, geh ab, geh ab, geh, geh, geh! Danke! Oh, das ist gut! Oh, das kippt nochmal! Nee, 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 nee! Das ist der Wahnsinn! Yes! Zieh Possing! Komm Possing! Den hast du! Ja! 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 Zeitzeug, da muss man so sagen! Ja, das ist mit dem Mund. Ja! Ja! Okay! Ja, das war der Schlussfilm für Endstand im Spiel. Das Spielvereinigung Tor Gugermünde gegen den 1. FC Neubrandenburg, 0-4, 2-1.